Das war der Anpfiff zur zweiten Halbzeit im Bezirks-Oberliga-Oberbayern-Spiel GFI Bad Aibling gegen SV Wacker-Burghasen, die 16. Es steht nach den ersten 40 Minuten 2 zu 0 fürs GFI. Ja! Ja! Nein, da kenne ich. Schade, schade! Nein, da sind wir auch gerade! Okay! Ja, hier! Ja, hier! Ja, hier, hier! Die Sende! Hör mal! Ja! Raus! Ja! Machst nämlich zu einfach! Komm, Seilbeck! Ich springte, Alter! Komm, komm! Raus! 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 Haus! Und hinterlere! Raus! andא! in die und Vielen Dank. 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 Good. 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 Good, good. Good. Das war's für heute. Ja, da kommen wir nicht hin. Ja, da kommen wir nicht hin. Ja, und so wieder einmal da mittendurch. Ja, in der Schnittstelle hinten ist der Malo. Ja, da kommen wir nicht hin. 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 Lass die folgenden 30 Minuten schnell vorbeigehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.